Pass auf, da ist ein Boomer. Oh, wieso? Ich hab versucht den Boomer abzuknallen. Auf einmal rennt der voll durch. Ja, ich weiß, es war meine Schuld, ich bin hier rein gerade. Komm rein! Ah, Luis, komm hier rein, man! Luis, ich hasse dich! Luis, du Arschloch! Du Seger, komm doch, rein! Hahahaha! Jaa, Läge, 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 Läge! Ey, ist doch noch in Gefahr! Ich weiß nicht, ey, ich weh! Oh, Mann. Kann ich mit dem letzten Mal um Riege noch rein, ey, ich weh! Luis ist doch echt... NEIN! Was? Was? Ich hab mich nur geduckt und... Was, was, was? Ich hab mich nur geduckt und auf einmal falle ich voll im Zombie oben auf den Kopf. Ich bin im Zombie auf den Kopf gefallen. Alter... Was war das? Ey, wir haben das Level so gut geschafft und jetzt können wir alles nochmal machen. Ja, was war das für ein Ort, man? Ja, ich hab mich geduckt und gehen auf den Kopf zu gefallen. Auf einmal fallen wir beide auch runter. Ich wei...